Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um den klappbaren Liegestuhl von Heng Mai. Wenn du noch nicht genau weißt, ob diese Sonnenliege für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zur Sonnenliege unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Was kann es schon Schöneres geben, als im eigenen grünen Paradies auf der Terrasse oder sonst wo ein wenig Sonne zu tanken? In meinen Augen ist das super, super wichtig für das Wohlbefinden, sich häufig an der frischen Luft und an der Sonne aufzuhalten, aber das muss natürlich jeder für sich selbst herausfinden. Naja, wer jedenfalls das Sonnen mag, der ist mit einer wertigen Sonnenliege in der Tat gut bedient. Bei diesem Modell hier gefällt mir das Preis-Leistungs-Verhältnis in der Tat gut. Wenn ich mir anschaue, was du hier für eine Sonnengelegenheit zu einem, in meinen Augen, fairen Preis bekommst, dann bin ich hier wahrlich positiv gestimmt. Ganz klar muss das aber jeder für sich selbst entscheiden, denn es gibt in der Tat Hunderte dieser Ligen auf dem Markt und es kann ein wenig dauern, bis du die richtige findest. Ich kann bei diesem Modell hier nur das Preis-Leistungs-Verhältnis bewerten, indem ich mir anschaue, was bekommst du für dein Geld. Und das ist in meinen Augen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, eine faire Relax-Liege könnte man sagen. Auch das Design gefällt mir gut, wobei da auch jeder seinen eigenen Geschmack hat, ganz klar. Es gibt Leute, die möchten ihre Gartenmöbel und so weiter in einer Art Thema aufeinander abstimmen. Andere hingegen kaufen einen lila Tisch und dann, weiß ich nicht, rote Laternen oder so. Denen ist es komplett egal. Da musst du dir also selbst die Frage stellen, wie wichtig ist mir die optische Integrität meines Gartens oder meiner Terrasse. Manche Leute schauen da gerne nach Sets, andere kaufen lieber einzelne Stücke. Und ja, also, was das Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Sonnenliege hier anbetrifft, so gefällt mir das in der Tat sehr gut. Was du hier für einen Affärenpreis bekommst, kann sich, wenn du mich fragst, definitiv sehen lassen. Aber ich will dir die Sonnenliege natürlich auch nicht aufquatschen. Ganz im Gegenteil, ich ermutige dich, ja, einfach zu recherchieren, welche Relax-Liege für dich die richtige Wahl sein könnte. Und das dauert einfach ein wenig. Mir gefällt dieses Modell, aber das muss halt nicht automatisch heißen, dass es dir auch gefällt, ja. Das musst du stets individuell und selbst abwägen, ja. Ganz wichtiger Faktor. Ich bin der Ansicht, dass du mit dieser Relax-Liege einige schöne Sonnenstunden im Garten, auf der Terrasse oder sonst wo verbringen kannst. Und deswegen kann ich sie auch empfehlen. Was du mit dieser Empfehlung machst, bleibt dir überlassen. Wie bereits gesagt, es gibt Hunderte, vielleicht sogar Tausende davon auf dem Markt. Hier bin ich der Ansicht, bekommst du ein faires Gartenmöbelstück zu einem guten Preis. Oder, besser gesagt, ein gutes Gartenmöbelstück zu einem fairen Preis. Ja, ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass ich dir mit meinem Ratgeber weiterhelfen konnte. Unten in der Videobeschreibung werde ich dir das Amazon-Angebot zur Sonnenliege mal verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, hoffe sehr, dass ich dir weiterhelfen konnte und wünsche dir einen sonnigen Tag. Alles Gute, ciao!